Und da sind wir wieder bei einer neuen Folge von GTA 5. So und jetzt schnurstracks zur Nebenaufgabe. Weil ich habe mich schon zu viel ablenken lassen. Haben wir eigentlich in den SMS oder so bekommen? Ganz, 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 ganz. Okay. Can I have a word? Hey, 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 hey! What do you think? Nice house, isn't it? You like it? I'm selling it. You want to buy it? I'm downsizing. No, no, I'm good. I used to sell houses like this all the time. Okay? I sold dreams. I made lives meaningful. I'm not sure about that. But you like beautiful things, though, don't you? Sure. Well, I just happen to know the most beautiful woman. You want a bouncy-bouncy. Josh. Josh Bernstein. Yeah. Yeah, I'm the Josh Bernstein. Yeah, I never heard of you. Oh, well, I used to be a big deal once in real estate, and so I had my license taken away. My meal ticket. Where's the chick? I'll get to that, I'll get to that, I'll get to that. See, it's not really, it's not really money that I'm after here, it's just, it's a little something more awkward than that. Now, Lenny Avery. He, he, he was my best friend. And now, he has taken all of my clients. All of them. Do you think that you could take out all of his for sale signs? That was easy. She's worth it, man. I love you. Lenny Avery. Ja, dann mach schon. Wo sind diese Schilder? Ach so, das ist wieder so eine Sammelquest, oder? Damn it. Franklin. ganz 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 ok kontakte ist denn michael's frau auch da ich dachte er könnte sie ein wenig zu vernunft bringen so was machen wir jetzt was machen wir jetzt wie viel geld habe ich 551.000 reisen und transport 5 mille weil es geht erst nach dem großen überfall habe ich könnte mir den kaufen kaufel geschlagen ja war klar ich habe nämlich keinen flughafen sondern nur ein hubschrauberlandeplatz und der billigste ist halt der aber den kann ich mir nicht leisten zu wenig geld ja dann leck mich gibt es ihnen etwas mit ja ne wirklich machen wir einfach mit der mission weiter vorher schon die e mails ganz 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 rufen wir mal wieder vergeblich unsere familie an ok sie geht schon mal nicht dran ist jetzt mit unserer tochter aus auch die geht nicht dran es ist mit unserem bis ratenden sohn aus der hebt auch nicht gut dann gehen wir halt wirklich zum auftrag jetzt kommt es da einstein schild jetzt kommt es da einstein schild ja ja das kriegsbein begraben hey man fuck what do you want i'm your friend i don't want anything man come on your company's good enough huh same as always yeah thanks i really appreciate that so family ain't back yet huh nope ah she's a goddamn fool man despite all the chaos of these last few weeks i think i finally figured it out i don't know sounds ridiculous mom actually it does not sound ridiculous you know because you you're a killer you know you are a man of action you do not sit on couches you take scores you're back man we are back we are back all right all we gotta go do is bust out brad and then we're golden man franklin he makes us multicultural lester makes it cyber we're like modern america we just get ourselves a gay friend bam no it's not it i got money it just makes you miserable i wanna make movies great great and uh so where exactly does this leave me in the second act of your life we're gonna do this last big job and then we're gonna dissolve the partnership this is not a game to me all right this is a fucking way of life i got a fucking family yeah i got nothing no one gives a fuck about me i do oh fuck you i saw your grave i mourned you and then it turns out that everything i fucking thought about you was wrong everything you're not dead and you're not a man well what the fuck are you i'm your fucking nightmare enough with your goddamn threats i mean let me just ask you something all right something i've been i've been thinking about up in north yankton exactly who was buried in your place uh oh i never gave it any thought you know what i'm thinking i had no clue you treacherous piece of shit you're fucking dead you're fucking dead oh fuck Trevor hey chee that's my car you prick oh uh oh 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 Oh, nein. Stop your car, come on, come back, we'll talk I'm not gonna listen to another one of your lies Hey, I'll lay it all out for you, everything Just stop the car, turn around I'm going up there to see it for myself You'll be disappointed Oh, I'll be something It'll be an anti-climax, the grave's empty Just a bag of sand, something like that Just smoke and mirrors Oh, lies Fuck, fuck, fuck Wenn Trevor das herausfindet, bin ich am Arsch Oder Michael Shit, Davey, shit, he knows I think he knows What, who? I think Shit, shit, how? I don't know how, he used his head But does he know, does he know at all? Hey, he's on his way up to Ludendorff To confirm his suspicions Shit, then what? Then who fucking knows what? I don't know, I'm gonna go, see if I can reason with him I come, but I, I, I Yeah, don't worry about it, it's between me and him Besides, if it goes wrong up there, I'm sure you ain't far down his list That's good to know Obwohl, das ist jetzt schon Wie viele Jahre her? Zehn Jahre? Selbst wenn er die Leiche ausgräbt Da ist dann nur mehr Ein Skelett drin Mehr ist ja nicht You fool! weg da in die obere etage warum nicht gleich oben parken wie ich vorher vorbeigefahren und was für chinesen waren das jetzt am and we're going to move to los santos start over i made a deal the slate will be totally wiped clean trust me darling look at me amanda it was the only thing i could do either everyone dies or one guy gets out i'm that guy his name is dave norton nice guy realist he gets the glory i get out it's not even a decision amanda i don't have a choice do you want to die here where it's always snowing or do you want to go and live where it's always sunny okay anscheinend erinnerungen aus michael's früheren leben so people out of town you don't need to know trust me nothing is gonna go wrong nothing yeah i hear you we gotta follow the plan everything will work out i did the deal amanda it's over baby we get out be happy be normal it ain't supposed to go down like this we did it baby we are home free it's over just this one job and everything is done everything is done everything is done everything is done so 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 da isa hey you're wasting your time is that why you flew out here huh tell me i'm wasting my time go ahead dig it up i don't give a shit yeah that's what you look like the guy who doesn't give a shit that's ridiculous how are you gonna keep lying for mikey huh when's it gonna stop what happens in the dark comes out in the light i'll give it a rest trevor there's nothing there this is it moment of truth oh 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 Es war nicht so, wie es sollte. Oh, wie war das? Mit Brad in der Kanon, ich in der Grund, oder... Oder wir beide in der Koffe? Brad wurde getötet, du hast es gesehen! Er hat es nicht gemacht. Ich habe getötet, ich habe es gemacht. Das ist es! Ich denke, das einzige, das nicht so gut war, war ich auf deinem Türkei, zehn Jahre später. Mikey... Ich habe dich gebetet. Und ich habe dich gebetet. Aber ich habe eine fucking Familie, Trevor. Wir waren alle zu sterben. Er wurde zu sterben. Du Reptilian, motherfucker! Ich wollte es nicht dazu kommen. Ja, du hast es! Du hast nur die fucking Balls gemacht. Aber ich mache es! Ich habe mehr zu verlieren als du. Keine Ahnung, eine Sprache wurde gesagt, brother. Jetzt, die fucking Trigger! Du hast nur die Gutsche. Take the fucking shot! Wer ist das? Fuck! Fuck! Joe Phillips! Mr. Chohard requires an award! Hey, ho, ho! Ich bin nicht der Mann, du willst! Hey, bitte 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 bitte! Bitte 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 bitte! Bitte 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 bitte! Bitte 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 bitte! Bitte 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 bitte! Bitte bitte bitte! Bitte bitte bitte! Oh, oh! Oh, oh! Wo soll ich mich denn verstecken? Oh! Oh, oh! Du hast du hier! Sie tun dein Leben und regeln! Du hast nichts gegen diese Leute! Ich habe nichts gegen dich! Ich habe ein hartes Chorien! Ich habe Karte. Ich habe keine Schein. Ich habe meine Schein. Ich habe keine Schein! Warum? Hör auf! Du hast du jetzt. Ich habe einen Schein. Dann habe ich mich eine andere. Oh mein... Drei Schein! Ich habe eine Scheine! Das ist besser! Wie viele haben sie in dieser Venn? Mein Freund Ron, ich will nicht mehr über dich! Put down die Weapon! Phillips, das weg! Me und Trevor, wir nicht mehr Freunde! Geist was? Ich werde hier Cut machen, weil ich weiß nicht, wie lange diese Quest noch geht, ob wir noch Trevor verfolgen müssen, ob dann noch etwas kommt. Deswegen werde ich hier mal Cutten und wir machen dann das nächste Mal weiter bei GTA 5. Ciao, ciao! Ciao!